Mama, können wir Pizza essen? Na klar, lass uns bestellen. Danke, Mama. Mama, können wir heute Pizza bestellen? Kaka, Jopo Pizza, habe gekocht Borscht. Können wir vielleicht eine Ausnahme machen? Weißt du, wie viel kostet Pizza? Für einmal bestellen Pizza, ich kann kochen, zehnmal Borscht. Und wenn wir sie mit unserem Taschengeld bezahlen? Zu Massaschli, Stolli, Geldtaschen muss man geben aus für vernünftige Sachen. Nichts Schraxka. Ich mache Vorschläge. Morgen gucke ich YouTube-Rezept Pizza und mache selber. Okay, besser als gar keine Pizza. Gemacht selber ist immer leckerer und günstiger.